Babylon ist eigentlich ein Begriff, der steht für ein Zusammenleben von Religion, für eine Hochkultur, die heute überall angesiedelt sein kann. Was uns interessiert hat, war diesen ersten Begegnungsort zu finden, wo kommen diese Kulturen, diese Religionen zusammen und wir haben uns entschieden, das in einen Transitraum, der am Flughafen spielt, zu verlegen. Für mich persönlich liegt die Magie von Babylon in der Zusammenarbeit zwischen Stimmen und Orchester und hier haben wir wirklich die Stimmen als Teil des Klangkörpers. Jörg Wittmann ist ein sehr erfolgreicher Klarinettist und das hört man wirklich in seiner Orchestrierung, man hört wahnsinnige Effekte im Orchester, rauschen oder wehklagen und das macht das unglaublich interessant. Durch die Musik auch werden Zustände ausgelöst, wie zum Beispiel die große Flutwelle oder die sieben Torwellen der Unterwelt, die sich öffnen. Die Oper erfordert einen Raum, der ständig in Bewegung ist und um das zu gewährleisten, arbeiten wir jetzt mit Projektionen, die einerseits die Erweiterung des Raumes sind, für kurze Momente, aber auch als emotionale Projektionsfläche dienen von Figuren. Babylon live zu erfahren ist wirklich ein einzigartiges, sensorisches Hörerlebnis. Babylon live zu erfahren ist wirklich ein sehr